Es war einmal ein Sumpf aus Jesuiten, Kommunisten, Geheimdiensten und Bilderbergern. Aus dem entstand ein Monster. Es war die Europäische Union, auch genannt EU oder spöttisch EU-DSSR nach der früheren Sowjetunion. Diese EU-DSSR soll ein Baustein für die UNO und den globalen Weltstaat werden. Denn wie der Kommunist Trotsky, der Regisseur der russischen Revolution von 1917 schon sagte, Die Vereinigten Staaten von Europa sind der politische Ausdruck des Gedankens, dass der Sozialismus in einem Lande unmöglich ist. Seine völlige Entwicklung kann er auch nicht im Rahmen eines Kontinents erreichen. Die sozialistischen Vereinigten Staaten von Europa sind die Parole einer historischen Etappe auf dem Wege zur sozialistischen Weltföderation. Also auf dem Wege zum Weltstaat. Reden wir deshalb vom geheimen und kommunistischen Hintergrund der Europäischen Union. Die neue Express-Zeitung macht den Sumpf transparent und sich auf die Suche nach den sinisteren Ursprüngen der Europäischen Union im Schlamm von Kommunisten, Jesuiten, Geheimdiensten und Bilderbergern. Aber auch die westlichen Kapitalisten spielten mit. Denn Kapitalismus bzw. Korporatismus und Kommunismus treffen sich letztlich im Totalitarismus. Faschismus und Kommunismus verschmelzen in der globalen Diktatur. Denn absolute Macht ist das, was letztlich alle wollen. Egal ob kommunistische Generalsekretäre oder kapitalistische Großkonzerne. Nach dem Motto Machiavellisten aller Länder vereinigt euch. Gegen das Volk. Die Vereinigten Staaten Europas, das ist die einzig richtige Losung, die einen Ausweg aus der Zerstückelung Europas zeigt. Leo Trotzki, 1930. Ziel muss die politische Union sein, die Vereinigten Staaten von Europa. Joschka Fischer, früherer Außenminister und Vizekanzler der BRD. Mein Ziel sind die Vereinigten Staaten von Europa. Nach dem Muster der föderalen Staaten Schweiz, Deutschland oder USA. Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin der BRD. Das Endziel, das wir anzustreben haben, ist die Schaffung einer autoritativen, allmächtigen Weltordnung. Winston Churchill Wenn du dir ein Bild von der Zukunft machen willst, stell dir einen Stiefel vor, der in ein menschliches Gesicht tritt. Für immer. George Orwell Kommen Sie mit auf die Reise in die geheime Geschichte der EU, des Bausteins und der Provinz des neuen Weltstaates. Jetzt nach der erfolgreichen UNO-Ausgabe werfen Sie einen Blick in die neue Expresszeitung Nummer 23, die Geschichte der EU, der SSR. Erfahren Sie alles über den Sumpf, aus dem die Diktatur kommt. Der kommunistische Hintergrund der Europäischen Union. Die EU, ein Projekt von Geheimorganisationen. Marxisten beider Machtblöcke planten die EU gemeinsam. Wollten auch die Nazis eine Europäische Union. Fall der Mauer, abgekatertes Spiel zur Schaffung des EU-Superstaates. Die ganze Wahrheit über die EU und ihre Rolle in dem kommenden Weltstaat in Ihrer Expresszeitung auf 64 farbigen und grafisch ansprechend aufbereiteten Seiten. Abonnieren Sie jetzt die Expresszeitung oder gönnen Sie sich eine Einzelausgabe. Und tun Sie mir einen Gefallen, tun Sie es über meine Website wisnewski.ca. Klicken Sie dort auf einen der blauen Links der Expresszeitung und mit diesem kleinen Umweg unterstützen Sie meine Arbeit, ohne es überhaupt zu bemerken. Also, ich hoffe, wir sehen und lesen uns bald in der Expresszeitung. Ihr Gerhard Wisniewski Aufmerksamkeit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020